Hoppala, da hat sich Innenminister Gerhard Kanner von der ÖVP wohl etwas von den Emotionen leiten lassen. Die Folge war ein fieser Versprecher beim Pressegespräch am Donnerstag. Der Minister sprach davon, Extremisten abzuschießen, korrigierte sich allerdings gleich. Bei einem Pressegespräch anlässlich des Verfassungsschutzberichts 2023 wollte der Innenminister offenbar ganz deutlich seine Position gegenüber jenen untermauern, die öffentlich ein Kalifat in Österreich fordern. Doch Kanner schoss dabei dann doch deutlich über das Ziel hinaus. So verkündete er vor Journalisten. Und für jene Extremisten und Radikale, die das tun, die den Kalifat ausrufen, die den Gottesstaat wollen, gibt es nur zwei Alternativen. Einsperren oder abschießen. Abschieben, einsperren oder abschieben. Entschuldigen, ich korrigiere das. Einsperren oder abschieben. Entschuldige mich für diesen Versprecher. Einsperren oder abschieben. Weniger seriöse Quellen würden dem ÖVP-Politiker jetzt einen freudschen Versprecher unterstellen. Per Definition wäre das aber etwas, das man sich eigentlich zutiefst wünscht und dann unwillkürlich ausspricht. Und so etwas sollte man einem ÖVP-Minister wohl kaum unterstellen. Der Zwischenfall erinnert wohl einige an den Versprecher des verstorbenen Arbeiter-Samariter-Bund-Präsidenten Otto Pendl von der SPÖ. Der 2015 im Nationalrat verkündete, dass wir sie menschenwürdig umbringen, gemeint hat er natürlich unterzubringen.